Hallo Freunde, eine schöne Karzone gibt's heute. Genau. Willkommen zurück zu Mario 64. Zum vorletzten Part. Und das können wir jetzt mit Sicherheit sagen. Nicht so wie in früheren Projekten. Ganz genau, weil wir cool sind. Genau, weil wir mittlerweile auf Zeit begann zum Scheiß sind. Prego! Roll into the cage. Ah, freundlich hast du diese Leute. Ich verabschiede sie. Jetzt will ich die andere gemacht. Ach du, muss was. Du, du. Weide Scheiße. Oh, du. Ey, ey. 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 Was ist die probier's? Ich mach's einfach. Wieso roll? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, so geil. Nein, das kann's... Roll, roll, rolly boat, I'm a motorboat! Für motorboating ist das aber so, das gibt hier nicht ganz so viel. Dafür... oh Gott, das bewegt sich. Ist das Wurst? Oh Gott, das bewegt sich. Ja, dann mach's aber jetzt das mit dem Uhrzeiger. Wenn er sich ja schon draht. Ich mag, dass es nicht geht. Das dauert aber schon lange mit dem Uhrzeiger. Ich muss aber sagen, ich hab da auch schon Sterne auf der schnelleren Version gemacht. Bitte? Auf der ganz schnellen? Ja, ja. Ja und? Ja, irgendwo, was ja... irgendwo, irgendwo lernt's das dadurch. Was lernst du dadurch? Dass du so ein Kacke ist oder was? Ja genau, und wie... wie gut und schnell wir... oder Sterne kommen, dann wie schnell und gut wir die Problem kommen. Vergiss das, Alter. Den Batterie auf den Scheiß Zeiger. Ja. Warum sind wir denn nicht bei mir? Was schnackst du so? Ja! Tiger Woods. Super gewaltiger. Na. Da bist du, sehr oberschöns. Ja, aber es geht locker, wenn ich die Temperatur... Ich find's sehr löblich, dass man mittlerweile wieder auf 6er als klären kann. Das haben wir gut gemacht. Ja, das tut theoretisch im praktischen Sinne. Genau, und, äh, Verkehr drum im Normalen. Ich bin nicht ganz ähnlich. Das ist zwar, ich glaubs, das reden wir uns noch ein. Schauen wir uns noch einmal, wenn uns das mal anwenden ist. Das weiß ich nicht. Ja, das muss man noch nicht. Ja, das ist ja wieder vorbeifahren, das war die dann nicht auf. Ja, das ist die Safe-Voriante. Ja, die Safe-Voriante ist nichts für mich. Freunde, so wie das, wenn ihr in der letzten Episode zugelassen habt, den Sprung da runter, in der Wolkenwelt, wunderbar, von dem Haus runter, boah, das war zweimal wach heißer. Ja, jetzt war das nicht geil, mir hat es gefallen. Irgendwo hat es mir angefangen, das hat mir einen Kick gegeben. Ja, deswegen mache ich ja so einen Scheiß, den Kick weg. Ja, aber ich denke mal, heute würde ich die Episode für sie auch nicht unnötig lang machen. Ja, aber das ist ja wurscht, die werden sowieso übersprungen lassen. Ja, das ist ja nicht zu, wie das macht uns ... Ja, das ist ja nicht zu, wie das ist, in der Zeit clin jejujen. Genau das hier erhält, wenn die Leute zusammen подходieren, und ich denke, was sie martyrs, Tscheli, Tschechosk, die Mutter war und die Mutter wollen wir festhalten von der Hex die Mutter ja und die Esel in Schreck ist auch ein trocken zum Kommen ja voll und hier ist mit dieser Kuh ein Kuhl-Dragon obwohl wir eigentlich immer so ein Esel war ja die Murphy in Englisch nur in Deutsch nicht genau aber in Deutsch ist glaube ich wieder selbst ein Grotsprecher ist es ja ja eben überall es gibt es noch ja der mutterfuck ist gut der haut dich da einmal runter und da haut er mich zweimal runter das war wakheise und da ist der Petern das war nie wakheise das war fantastisch das war wakheise das war wakheise ja gut ist Jungs wir sind drauf gekommen es gibt noch 120 Sterne genau wir waren immer auf dem falschen Dampfer genau wir haben da noch einmal durchgezählt und es war so warte einmal ich muss verstehen was der heißt ich glaube bei Mario Galaxy gibt es 120 kann auch sein aber der 120ste ist der bei Bowser das heißt wir brauchen noch 119 und den 119ten wo die jetzt nächste zu der letzten Stauber und das ist ganz oben und das ist ganz oben und das ist ganz oben das war auch ganz oben diese beschissene Däume da ist einer oben ja 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 das ist ganz oben war schon immer scheiße vollkommen aber ich schaue zu aber ich habe das was jetzt wird man voll easy macht und oft ziemlich scheiße mit den Pendelungen ja ja so möchte man mit dem ich bin ganz am Anfang auf das kleine Brett ja ja wo sie jetzt gut sind sexy gelöst haben ja was uns irgendwie ficken können wir wollen das ist so ist weil ich wissen nicht mehr wie die blauen noch legt sondern alles das ist ja 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 das hat immer scheiße von das Kind da aufgekommen das hat immer scheiße ja das hat immer scheiße gucken gut es passt nix ja Manu ja noch mal auf führten ja riecht da nix riecht es nix schatz nix ja nur nehmigsten wägen kia sein Mann immer seine münfe so ist es nicht fein ja der hat internalisiert hast du es internalisiert ja das schwarze wenn du bestimmte Handlungsweisen oder Handlungsmuster so als nächstes und zum Beispiel mit dem Karten ein bisschen nicht und ja für ein Wasser und das kann man sich bringen bis dann kommt das tut normalerweise nicht gut das war immer scheiße zu machen die können wir immer ein bisschen aufhören auch grisgott das ist der einzige scheiße dass das so lang ist und wenn wir einmal aua 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 die Acker-Sterne ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, wo ist denn dieser der ist irgendeine Einkerbung in der Wand wo diese Wand drin und das ist so fette Einkerbung das geht jetzt mal drüber oh, oh, oh du bist recht tief voll, aber es geht noch tief ja, ja, es geht noch tief kannst du bitte oh, oh, oh so geht es mir vor, oh, oh, es geht noch tief oh, oh 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 naja, doch eigentlich schon mhm, 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 normal 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 oh 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 Dann schlag ich wieder aus, wenn du eine Langzeitarbeit los bist. Oder was? Oder wenn du über 50 bist und mit drei Kindern hast. Ja. Warte mal, Kollege. Der Weg des Kriegers, ne, mein. Das ist kein Problem, der Weg des Kriegers, weil es halt extrem hart ist, laufen kann man. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da die Dingsrichtung wechseln. Kann sein, dass das nur auf der Uhrzeit macht. Ja, geil, vergiss das, das ist echt nicht auf der Uhrzeit. Keine Ahnung, wie viel Uhrzeit das macht. Sorry, aber... Ich hab doch da jetzt ja nicht gestiegen fest und das geht schon. Ja, aber so... Jetzt geht's vielleicht besser. Hätt's mir nicht vor. Nein, jetzt ist es auf... Drei! Parteien ayudar ist etwas gelbe zu sein Ok, ich hab da Spaßход einfach einen Spaß, der besorgt. Oh, das ist schon mal so. Genau, bevor doch diese gefunden Angstером... das ist agiert quanto hin Hof oder die Moment! Das kann aber... Ach, keine Ahnung. Ja, aber du musst für die roten Münzen... Wow! Das war ein Leben am Limit! Leben wie Larry! Leben wie Larry! Voll, warum führt das eigentlich keiner? Jeder muss ein Leben am Limit, aber keiner kann leben wie Larry! Oh, Baby! Was war das, was wir letztens Zeit haben versucht? Ja genau, ein netter Versuch, Krabs. Aber wir haben... ...due due 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 setzt. Das bisse ein Mimees besejennen... ...oder ist so Kohlegräser sein! Freunde, hört uns den Scheiß zu spreaden! So, da muss die Folge jetzt also hassen... ...netter Versuch, Krabs, ich meine, das passt eh gut dazu! Ja, netter Versuch. Oh! Das war netter Versuch. Ja, der funktioniert! Ausnahmsweise, jetzt so wie Krabs, da versuch. Weil die haben das Fenster gerade nämlich durch Gummi setzt, Freunde! Nicht die Tür klicken? er wird auf die Tür klicken, was ist das Fenster? Vollwurscht! Vollwurscht und halbwurscht! Ja! Komm, aufgezählt! Die kann ich gleich... Scheißwurscht! Ja, 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 das machst du super! Ja, danke! Na, ist du ein geworden! Erst, erst heute! Wow! Das war schon sehr schlecht! Das war schon sehr schlecht! Ich hab die irgendwie immer mit Schokoriegel interpretiert, die Dinger. Die Dinger, die nach der Wand kommen, wirklich? Ja, 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 die haben irgendwie so... was von dieser komischen Nutella-artigen Dinge in zwei Farben. Den Toker. Den Toker ist nur die schwule Billy-Version davon. Die kommen von da aus nicht auffliegen, ne? Ja, 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 ja. Na, wo ich ein Speedrunner bin! Oh, das war... Oh Gott, das ist schon was tatsächlich an dir! Wow! Achso, jetzt bin ich da! Oh Gott, das ist kacke! Bist du einmal drunter, du warst so zeitlich dabei, so... Oh! Genauso! Genauso wie er, Gott! Ja, so ein Schwachsinn! Ich kann jetzt nicht mehr da um, oder? Nein! Du bist... Ach Gott! Ach Gott! Jede Sekunde... Du denkst dir so, du sparst ja auch Sekunden, aber dafür verbrauchst 20 weitere! Ja gut, das ist... So denkt der Politiker! Genau, ja! So denkt der YouTuber, der monetarisiert ist! Zehn Minuten, Baby! Zehn Minuten! Ich mein, jetzt grad sind wir auch noch monetarisiert! Ja, voll monetarisiert! Nicht halt monetarisiert, voll Gas! Ja, ja! Mit Wichtigkeit, Schmackes und Spuggi! Heute ist er... Mittlerweile fünfte! Yes! Das heißt... In 15 Tagen ist unsere Monetarisierung weg! Cool! Ich freu mich schon drauf! Mhm! Okay, jetzt mal nix mehr wegen Copyright! Und ich freu mich auf keinen Linkes! Mit YouTube? Und dir! Okay! Ich brauch's nur noch Zeit noch! So! Jetzt wund wir eh mal mehr monetarisiert! Dann hab's sicher Zeit angefangen! Das Problem ist nur, wir are nicht unwichtig, weil man do trennen dürfen! Unwichtig! Oh, um,なんか wichtig! confused! . Oh, Louis slower! Oh, du musst että moon he Deutschen! Oh, du musst carefully warten! Noاذ can we serve your, olduектs!!! Das ist ja mon son! mit Watt mit Watt mit das Konzertus mir und da ist er so und so Nürnberg und die Söhne Kürze Wettbewerb und unsichtbar und trotzdem Sie werden nur langsamer wie eine normale Sekunde. Du, die Mario Sekunden sind normalerweise immer anders. Wie ich schneller wie die ersten Sekunden. Die in Super Mario Bros. sind schneller wie die Sekunden. Ja, die sind langsamer da. Bei der bewegt sie nicht im Sekundentakt. Na. Ja. Und was ob sie halt nur so vorfallen hat. Schaut das in die Kommentare. Einen guten Grutsch, bitte danke. Danke. Ist es in einer Uhr eigentlich ein Zeiger drin? Macht überhaupt keinen Sinn. Nicht hinterfragen, Peter. Nicht hinterfragen. Jetzt müssen sie nur das wieder schaffen. Das ist auch nicht so einfach. Ich meine, das ist immer noch sinnvoller wie für den Sonic. Ijoi! 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 Das war gut. Ja, besser kann man es nicht machen. Ne? Das war so... Ja. Speedrunner-mäßig. Genau, ja. Nur es war so... Wenn ihr ein Video von einem Freedrunner schaut, dann weiß ich. Das ist bewusst. Nur... Wenn du das machst... Dann kriegst du dein Herz zum Fakt. Genau. Time, Jumps and Moving Bars. Ah, ich weiß wo das ist. Das ist das, wo ich abgehen kann. In Richtung Scheiße. Genau, wo es nicht ganz offen ist. So rechts. Und dann sind wir ja schon bei dir... Bei die Hunder und bei die Roten. Aha. Ach, Freunde. Ein schönes Projekt. Oh! Oh nice! Das hat irgendwie absichtlich gemacht. Ja. Ich will da dazwischen rein. Ich freu mich da auch schon aufs Platz auf. Da kommt sicher wieder wieder aufs Platz auf. Ja, vor allem so wie Heli. Ja, Alter. Das mit Heli, das ist wirklich das Beste in der ganzen Serie bis jetzt. Du bist... Du musst nicht mehr getoppt werden. Das ist einfach perfekt. Ja. Das war wunderschön. Wahnsinn. Ich will, ob wir da gelacht haben. Und... Und die Folge davor, wo du gesagt hast, aber ich will nicht. Ja, die war ganz cool. 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 Achso, die Bars sind deine Schokollegen. Du weißt. Ja, ja. Deswegen. Es ist ja wie eine Chocolate Bar. Das gibt schon Sinn. Oder eine Cocktailbar. Oder Wunderbar. Oder Escobar. Die Escobar. Die Escobar in Salzburg. Die Wurde, die Wurde. Zu essen schon. Nja, zu mit deinen. Und schon? Naja. Naja. Echt? Ich wollte schon mal so da, ist wirklich mal... Die, die... Es sind nur Enchiladas, oder? Das war es praktisch in Red. Der kommt davon. Gibt Tacos, gibt Enchiladas, gibt... G bên, G bên. G bên, G bên. Gibt Tacos, gibt Enchiladas. Das ist das. G bên, danz! G bên, dann gibt's die Enchiladas. es gibt es auch da gibt es uns um die Entschuldigung wenn sie das über die Rebellion wurde es sei genauso gewollt werden in der Sitzel und die Sitzung fett und groß und nicht schlecht ausliegt ein Frühstück mehr und deswegen scheiße Tja, musst du denn schon erfahren. Ja, das ist eh nicht schlecht. Ich bin immer noch nicht so abgeneigt davon. Sie bieten nur noch ein bisschen an, was mich interessiert. Das ist doch gar nicht. Du kriegst mir den Hafer gleich. Das ist so, was du denkst immer, wenn ich es will. Das mag ich mir selber. Ja. Ja, das einzige Problem ist, dass sie nichts... Ah, dass das gleich das Fleisch ist. Obwohl ich sagen muss, mein Gott, noch. Was hast du geschmeckt, dass das... Weiß ich nicht. Ah, nein, du hast geschmeckt, dass das Senf ist. Ja, und das war gut. Das war das, was es gerade betrachtet hat. Eh, voll. Weil die Wurst an sich schmeckt einfach nur chemisch. Wurst darf man ja eh gar nicht sagen, was ich eigentlich chemisch sogar befürworte. Naja, chemisch nur ist. War wahrscheinlich Tofu. Ja, aber den Tofu an sich habe ich nicht. Das ist es ja. Aber den Wurst an sich habe ich nicht. Du warst vielleicht eben das, das... Ja, keine Ahnung. Der Tofu an sich ist eh... Nicht schlecht aus dem Prinzip. Der hat uns letztens in der Arbeit, bei meiner Posen, wo er dann sehr letztens nachgefragt, ob man vielleicht Tofu-Würstchen hat. Genau, ja. Und du so fickt die weg aus meinem Posen, bitte. Gedanklich, ja. Aber es war so... Äh... Na. Und sie so. Warum nicht? Ja, eben, sie dann auch. Ja, warum nicht? Das würde voll gut gehen und so. Und wir haben uns dann im Nachhinein so besprochen, so, na, das würde einfach so nicht gut gehen. Nein, nein, das würde überhaupt nicht. Vergiss das. Das ist bloß immer wie blau. Das ist nicht bloß. Vielleicht auf dem... auf dem Hebe-Ding. Da ist jetzt. Woah! Woah, so viel... Lecker aus. Das sind ziemlich. Bist du der? Das war schön. Bist du ja. Kann man machen. Ein Danke an den, der die da hingelegt hat. Schiggy und mein Auto. Schiggy und mein Auto. Schiggy, mir und mein Auto. Schiggy, mir und mein Auto. Ein Danke an Schiggy, mir und mein Auto. Ich finde das hier so gut. Du arbeitleist mit mir und meinem Popo. Jawoll! Fuck, das ist genug. I wanna be alive. I am alive. Alive I tell you, Mother, I love you. I wanna hold you. I wanna run on a stream. I wanna run on a stream. I wanna run on a stream. Du 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 du. Die roten brauche ich auch gar nicht auch holen im Prinzip. Nein, irgendwo nicht. Du hast einfach nicht. Ich fahre einfach nicht. Außer dann später bewusst, wenn du denkst, okay du, der Sprung geht sich aus. Und dann gehörst du auch nicht. Ganz genau. Weil das ist immer so der, der knack kommt an dem Ganzen. Woah. Ich fahreste eine Scheiße knack. Ja. Aber dann trifft die fast nicht. Das ist echt so. Das Ding ist echt eine Hitbox. Du hättest gern das Herz, aber ich mag nicht. Warten. Ich hättest gern, aber nein. Ja, so. Du hast dann eh keinen Mund. Nicht. Oh, nicht. Hm, hm. Das ist doch nur der Stern. Stimmt. Und da fängst du noch kurz auf. You're right. Mr. White. Haha. 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 Oh, Josh. 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 Oh, ich hab immer Josh. Das ist Naruto. Stimmt, Josh. Wenn du das Menü öffnest. Josh. Das war so gut. Voll. Ah, das ist ein schönes Spiel. Ja, sonst ist es noch schlecht. Also mit dem, mit dem... Josh. Mit dem Josh ist es... Schön. Du brauchst das Leben. Nix vom Leben. Oh, ich mag nicht die Warfare. Haha. Nix vom Leben. Also, du schreibst mir das jetzt vor, ha? Du schreibst die Familie mein Leben zu leben, auch, ha? Hm, na, wie du sei Leben zu leben wirst. Larry. Stimmt allerdings. Nix mit Leben. Ich nehm wie Larry, sondern lehm wie Mario. Lehm wie Mario. Was ist da drüben? Ich weiß es nicht mehr. Mir kommt irgendwie von nix. Irgendwie. Es schaut mir so noch gar nix an. Es schaut so falsch aus. Aber ich frag jetzt warum. Warum gibt's ja die Möglichkeit. Ich sag ja was. Ja, probier's. Ja, probier's. Ich sag ja. Ich sag ja, ne Hufsange. Oh, weiß es genau. Ohohhohohoho. Hey. Heyy. So, was bringt man die Drehung übrigens? Videos in dem geilen Hobbit Video? Hi. Ich will mich nicht überlich überheißen. Du hast ne Freunde. In der letzten Episode haben wir ein geiles Hobbit Video geteasert. Geteasert Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh, da muss ich irgendwo ein, komm mal Von oben? Wollen wir mal schauen Das ist mal Luger Yo! Don't die on me, bitch Bitch, don't die on me Bitch, don't die on me Bitch, don't die on me Bitch, don't die on me, bitch Bitch Lasagna St. Bob's and Vagana Oh, Baby Vagana Baby Vagana Hoi Jai, du warst drin Du hast schon einen Fuss drin Na Aua Aua Mama, das war ein Sturz Meine Knie ist aber aufgeschüft Was? Wie beim Schuhmacher Er hat sich net die Knie aufgeschüft Na, komm Hehehe Hehehe Freunde, wir finden dieses Topic nicht unbedingt lustig Doch, ich schon auf jeden Fall Oh, ja Jaaa Und der Schuhmisch wird es ja sein Dass er sagt, ja doch, kannst du überlaufen Achso Er will nur mal treffen lassen von ihm? Hör auf Hör auf Du trinkst dich nicht noch mal wieder an Ey, ist grad guter Umgang Ja, der Videobund ist, ja Genau, das wollte ich dir was sagen Nur was für einen kurzen Moment Trickelt mir schon mehr, die ein bisschen verkehrt hat Es ist noch lange nett, dass er guter Umgang für dich ist So wie... Oh, der liked den nackten Mann gemacht Ja Aber das war leider das dritte von drei Malen Das heißt, das hat nicht funktioniert Das ist wie der vierte, oder? Na, zwei von drei Malen Ah, zwei von drei Malen Eben war auch vollkommen sprachsinnig das ganze Konzept aber irgendwo einfach geil Ich lass den Obso Morgana Iiii Das war jetzt aber auch eine sehr Selbstmordreißer-Exception Selbstmordreißer-Exception Ich wollt grad sagen, es ist da nicht offen Oh Gott Ich wollt grad sagen, es ist da nicht offen Sein Scheiße Ah, ficken Oh man, ich bring mich da oben Ficken aber hart Ist er denn mit Münzen in dem Ding, oder? Oder Leben? Ich kann's dir nicht sagen Wie da oben? Ja Und das schnell auch noch Fisch-Lasagne 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 Wie da einfach alles so schnell verschwindet Warum ist die Render-Distance in dem Level so viel kleiner? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber er ist auch nur da irgendwie Ja Andere Sachen siehst du aus tausend Kilometer Entfernung noch Ja, siehst du nur den gescheißten Goomba Der hat ein bisschen Nasenbad und dann Dann haben wir so etwas Nasenbad und dann Es gibt... Ah, fuck! Wow! Hey! Es gibt fuck... Aber es gibt keinen fucking Goomba, der da in einem Level ist Nein, aber ich rede von anderen Levels Ja, ja Ja, ja Mit was mit seinem Fuß? Ja Mit dem ganzen fetten Po Vielleicht ist das so sauber, weil sie immer ein paar Stups von Nasen haben Das war eigentlich letztens bei mir in der Arbeit Wo sie zwei von den Köfen die ganze Zeit verschimpft haben Und dann meinte einer so zu mir Ja, geh einmal zu ihm hin und sagen, dass er schwul ist Er kennt sich schlau aus Ich habe ja eine Streiterei schon mitbekommen Dann... Dann gehe ich zu ihm hin Hä? Boah! 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 Wobei... Die Geschichte muss ich noch kurz fertig erzählen Und dann gehe ich zu ihm hin und sage ihm eben so Ja, ich soll auf den Ärm sagen, dass du schwul bist Und dann kommt er so ein Nein, nein Er ist schwul Bei dem... Der, der... Der fickt dich nicht nur in Ordnung Bei dem musst du auf alles aufpassen Pass auf deine Ohren auf Und dann... Dann... Dann gehe ich so mit dem anderen gerade Richtung ausgehen Und dann er so Ja, geschissen, geschmissen Es war so Was geht bei euch nicht ab? Aber egal Wir hören uns später mal wieder Wir hören uns später mal wieder Baba Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, aber jetzt bist du schon da und das ist schön. Gehst du jetzt einfach aufmachen? Das war jetzt für mich. Ja, jetzt schaltet er mich aus. Jetzt bin ich dann Out of Order. Out of Order wegen Sundernet zwischenfall. Oh, Lloyd Order New York, baby. Jawohl, jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Verfickte Clitches. Ficken, scheiß mich an. Ich mein, das ist wurscht, wenn wir den anderen haben. Aber leck mich doch am Arsch, weißt du das gesagt, Alter? Ja, du bist ja durch die Mette einfach mal so durch. Das war wieder wunderschön. Probier's doch mal mit dem Angehörten. Ich glaub, das ist ja gut ausgegangen. Der Baum, 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 Baum. Schon drückt mich so runter. Ja. Ich werde schon mal anzukommen. Ja. Ich muss irgendwas haben, Baum. Wie hätten wir doch, du probierst das irgendwo, aber okay. Okay. Geht, probier mal wieder. Genau. Nur machen. Wie ich schon gesagt habe, bei dir gibt's nur das Motto Don't know what lies ahead, only one way to find out. Just keep on moving ahead. Ihr habt das Wort wieder vorher, okay, Freunde. Scheibe aus wieder, oder? Bro, baby. Was ist das, Scheibe? Die Zeit kommt mir denn. Das ist... Ich glaube nicht. Na. Es steht sogar da. Stop Time for Red Coins. Au! Ah, jetzt hast du es ein bisschen schneller gemacht, hm? Ist das über Stop Time for Red Coins? Dann ist es irgendwie... Dann kann ich es gar nicht mit 100 Mochen im Prinzip. Nein. Nein. Wurscht. Das ist perfekt. Ja. Das war ja ein kleines Herzenvergument für dich. Ja. Es ist perfekt. You know. Es ist gut. Ja. Du hast uns schon einmal die Tour versaut. Ja, aber vorher war es ja wurscht, weil... Du hättest tausendmal von oben einfach aufgelaufen. Ja, hätte ich, aber das war ja scheiße gewesen. Ja. Ja. Aber das ist schon ziemlich viel nett erwischt, hm? Ja. Ach, komm mal. Du möchtest sie da noch nicht fest? Weil... das Leben ihn nicht zerreißt. Hi, oi, am not more. Alle ö... Na... Oh, ja. Da ö... Ciao. So, wieder unten. Ich bin mein Cello. Halt dich an mir fest. Wenn mein Cello nicht zerreißt. Halt dich an mir fest. Ich spiel mein Cello. Cello... Du spielst das Cello. Ach komm, in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Was? Lack mir mal was du erregend! Bei welchen Typen singt er das eigentlich? Ich spielst das Cello. Ich spielst das Cello. Joey Kelly. Joey Kelly! Mr. Kelly Family. Kannst du... Jai, jai, jai. Äh, na. Da. Ja, klappt ja. Sind die dir die Chips machen? Ah, ja, ja. Und nebenbei noch diese Musik. Ja. Und das fühlen wir doch doch. Da, Baby, das ist perfekt. Ach so, der... der sponnt da oben. Obwohl der blaue Stern für er da unten ist. Da ist er schon. Der sponnt da ganz oben. Was? Schwachsinn. Da war das ein Fehler. Na, das ist immer so. Ich wollte eigentlich nicht gerade auf YouTube nur suchen, das netter Versuch selbst. Und abspielen haben wir. Netter Versuch, Freunde. Aber wir haben das Mario 64 durch Mario 65 gesetzt. Was? Ich weiß nicht, was du da gerade... Und, Freunde, kennst du den Glitch? Den kennt doch jeder. Dass ihr einfach so... Runterspringt. So, dass ihr es so lang und dann... Das ist nicht aufgezeigt. Wir müssen suchen, weil das Geld jetzt nämlich nicht mehr. Weil wir ja schon genug Sterne haben. Weil wir ja schon genug Sterne haben. Aber normalerweise... Spawnt das ja immer weiter, wenn man nicht genug Sterne hat. Und dann kann man so... Den Glitch schön auslösen. Wurscht, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Mario 64. Genau. Wenn Sie gefallen haben. Bis zum nächsten Mal. Einfach wiederkommen. Like und Abo. Aber nicht durch das Hölz, sondern durch das Löchli. Durch das Löchli. Vielleicht nicht durch das...